In den bisherigen Kapiteln haben Sie viele Projekte, Ideen und Hilfestellungen kennengelernt, um das Thema Making gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern umzusetzen. In diesem Kapitel zeigen wir Ihnen einen alternativen Weg, den Sie beschreiten können, wenn keine finanziellen Mittel für eine eigene Ausstattung zur Verfügung stehen. Sie erfahren, wie Sie Making-Projekte ganz ohne eigene Investitionen realisieren und wo entsprechende Anlaufpunkte für zukünftige Kooperationen gefunden werden können. Sie erfahren zum einen, warum eine offene Hightech-Werkstatt mehr als die Summe ihrer Maschinen ist und warum der offene Wissensaustausch eine zentrale Rolle spielt. Zum anderen erfahren Sie, welche unterschiedlichen Werkstattformen es gibt und worin sich diese voneinander unterscheiden. Doch von vorne. Alleine im deutschsprachigen Raum sind Stand Sommer 2022 426 sogenannte offene Hightech-Werkstatten registriert. Hierbei handelt es sich um Einrichtungen, die der Allgemeinheit sowohl ihre Maschinen als auch das nötige Know-how für deren Bedienung zur Verfügung stellen. Es ist dabei nicht notwendig, die technischen Grundlagen im Vorfeld zu kennen. Alles, was zum Arbeiten mit der jeweiligen Maschine benötigt wird, zeigen uns dort Expertinnen und Experten. Hierbei sei zu erwähnen, dass diese Form der Umsetzung ein großes Interesse am Thema Making auf Seiten der Schule voraussetzt. Eine engagierte Lehrkraft oder engagierte Schülerinnen und Schüler müssen die Kommunikation mit der jeweiligen Werkstatt übernehmen und gegebenenfalls sich selbst notwendige Schulungen aneignen und diese besuchen. Es existieren sowohl Workshop-Angebote und fertige Projektideen, die mit einer Klasse in Betreuung einer Lehrkraft realisiert werden können. Es gibt zudem auch lose Anknüpfungspunkte, die lediglich die Maschinen für die Fertigung bereitstellen und den Raum für diese Projekte zugänglich machen. Sollte sich in ihrer Umgebung keine offene Werkstatt befinden, existieren darüber hinaus sogenannte FabLab-Mobile. Hierbei handelt es sich um mobile Busse, ausgestattet mit 3D-Drucker, Lasercutter, Vinylcutter und Co., die von einer Schule gebucht werden können und dann für einen definierten Zeitraum je nach Bedarf mit vorbereiteten Unterrichtseinheiten und entsprechenden Experten auf dem eigenen Schulparkplatz zur Verfügung stehen.